Hoin Leute, was geht? Mein Name ist Dodo Gamescom auf der Playstation 4. Hier unten bin ich XLIS YouTube Gamescom. Und herzlich willkommen hier zu GTA 5. Und heute teste ich mal das Dodo Wasserflugzeug. Ein Flugzeug, was auf dem Wasser landet. Ich glaube da nicht so recht dran. Ich habe mir das Ding mal gekauft und will das mir jetzt erstmal ansehen, weil ich glaube da nicht auf dem Wasser landen. Ja, ja, ja. Erzählen kann ich viel. Okay. So. Also holen wir uns das Wasserflugzeug. Alter, was will denn der? Will der mich killen oder was? Wollt ihr lieber sein? Alter, mein Dodo Wasserflugzeug, das kriegst du nicht. Ich bin ausgestattet mit MPs, Alter. Nein, was willst du denn? Ich will meinen Dodo testen. Och Mann. Wie starten denn dieser Kack? Ah, ja. Jetzt, 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 ich komme hier sogar noch weg. Geile Scheiße. Ich glaube so ein Dodo Flugzeug ist ein bisschen schneller. Oh Mann, was will denn der? Lass mich doch in Ruhe. Ah, ich habe es geschafft. Da bin ich hier nochmal in First Person, natürlich ein bisschen grafisch runtergeschraubt, als im Single Player. Normals. Online. Aber, jetzt muss ich mal... Was ist? Ach du Hölle, was du Hölle, nein. Ich wollte auf dem Wasser landen. Nein. Boah. Das gibt's noch nicht. Ich wollte jetzt mal schön auf dem Wasser landen, aber nee. Aber jetzt bin ich ja wieder am Flughafen. Keine Ahnung. Gibt's das Ding nicht im Single Player? Kacke. Nein. Das gibt's doch nicht. Mr. Techno 90 hat mich abgeknallt. Ja, auf jeden Fall haben wir einmal das Wasserflugzeug gesehen. Ich fand's ganz schön nice. Zumindest die paar Sekunden Flug. Das Ding landet dann auch auf dem Wasser und so. Ist eigentlich ganz cool. Was haben wir hier noch? Wollen wir mal hier auch. Komm mal hier die geile MP an. Achtung, First Person. Knallen wir halt den Typen ab. Moin, moin. Hey, bleib stehen. Also ich bin ganz ehrlich begeistert vom Online-Modus. Das ist richtig Hammer. Auch mit der Synchro da. Also von der. Den Charakter auf die neue Konsole zu bekommen. Hat alles reibungslos funktioniert. Bin immer noch die Frau. Mein Clan Libanon Elite wurde rüber transportiert. Alles duftet. Jo, dann würde ich mal sagen. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Dukens.com auf der Playstation 4. Und ciao.